Hallo, hier ist das Ding vom SupportNet und heute möchte ich euch ein weiteres Programm von FreeStudio DVD VideoSoft zeigen. Und zwar eines der wohl kleinsten DVD-Videobrennprogramme. Dazu gehen wir in diese Kategorie rein, CD, DVD oder Blu-ray Disc und wählen den FreeDVD-Video-Burner aus. Ja, ist das nicht niedlich? So, kleines Programm. Hier könnt ihr jetzt einfach sagen über Durchsuchen, den DVD-Ordner aussuchen, eine DVD und dann legt ihr eine DVD ein in euer Laufwerk. Wir haben jetzt hier nur eins und dann wird euch auch der belegte Speicher angezeigt. Vorher könnt ihr noch sagen, Optionen, also das heißt welches Laufwerk, den Textname, die Geschwindigkeit, aber auch die Sprache. Und ihr könnt auch hier die Updates herunterladen. Und das war's wirklich schon. Einfach nur auf Brennen und voila, fertig. Viel Spaß beim Ausprobieren. Musik